Hi, mein Name ist Fabian Wisch und ich möchte die Welt erkunden. Hallo, 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 meine Leidenschaft ist das Fotografieren und Filmen, was mich schon seit meiner Kindheit in Form von Kurzfilmen begleitet hat. Und mir ist klar geworden, dass ich hierauf in Zukunft noch viel mehr aufbauen möchte, indem ich auf Reisen gehe, andere Landschaften, Kulturen und Bräuche kennenlerne. Leben, sein Ding zu machen, aktiv zu werden, tun und lassen zu können, was man möchte. Genau das ist es, was für mich zählt. Wenn euch das nicht anders geht, dann seid ihr hier genau richtig. Begleitet mich auf meinen Reisen durch die größte Hitze der Sahara oder die tiefste Kälte der Antarktis. All meine Erlebnisse und Erfahrungen werde ich hier in Form von Vlogs dokumentieren. Für die ältere Generation, Vlogs sind Vlogs in Videoform. Hier beginnt meine eigene kleine Geschichte und alles, was ich brauche, sind mein Hut und meine Kamera. Das Leben ist viel zu kurz für irgendwann und deshalb beginne ich genau jetzt. Freedom! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.